und damit herzlich willkommen zu einer folge arg mod testen mit mir dem tim dem arne natürlich auch der kamen auf dem schönen kanu taurus da der einfach gestorben ist okay gut dem noah und dem tom natürlich auch der darf natürlich nicht fehlen also du lernst vorne lang ja und zwar ist heute meine wahrscheinlich sehr chaotische und durcheinander mock folge genau wo wir heute gehen wie heißt der mod pyria mythos wulf testen der fügt einfach ein haufen mystische kreaturen hinzu und da werden wir heute einfach mal wahrscheinlich nicht alle weil es gibt sehr viele in dem ort aber ein paar werden wir heute mal sporn und testen und ja nur halt diesmal zu fünft und hier haben wir schon mal ein driver der eigentlich ziemlich nice aussieht also in dem ort sind ein paar sage ich mal hochqualitative sachen drin zum beispiel der sulforwurm und dann hat man wieder ein paar nicht so hochqualitative sachen wie zum beispiel der kano der sieht zwar geil aus aber ist halt einfach gestaltet sage ich mal aber ja also einfach nur gotcha grüßt aus dem rücken geklärt ja und mit einem knochenkiefer wir werden jetzt wahrscheinlich nicht direkt testen wie den restlichen mod test videos dass ich teste wie viel schaden die alle machen und sonst was sondern wir werden uns ja wenn wir angucken und wahrscheinlich irgendwelche dumme sachen machen wo bist du jetzt eigentlich hin tom ist weg ach da hinten rennt darum ich habe bis man viel gelevelt ich wollte dass man muss mit dem haben sich dieser geko alter auf rennt also die biebensorte feiert aber man das geko es gibt übrigens in der matthia auch so eine kanone die schießt sowas ja ist ganz nice so nebenbei das viele von aufgepuppt haben ist voll auf speed also ich möchte wenn es das jetzt auf einmal in normalen art gibt dann würde die mit so riesige zucht davon habe ich auch die 50 milliarden mutation auf da gibt sie noch ein hellhound der ziemlich komisch aussieht kann der feuer sprung ja warum die extrusion war jetzt nicht von dem hund ja ich komme nicht vom hund runter ja so arne zeigt man doch was der geist wurde im kann voll schnell der kann schlagen der kann schlagen der kann schlagen und ich glaube eigentlich kann er nach so ein stein ist aber das passiert ja ich glaube der kann nicht mehr schlagen ok was der sulferwurm alter was kann der das glaube ich eine reaper labe eigentlich er kann beißen guck mal jetzt bin ich voll fast das faktor ich komme ich komme angerannt ich glaube die restliche folge nur auf dem fliege verbringen aber nun gut dann spawne ich doch noch ein paar mehr und dann gucken wir uns die an ich weiß ja 1200 wer ist wo ach was bist du alter ok bei rock sieht schon ziemlich heiß aus auch ich würde ihn haben aber ich kann sie den konzern alter ja gleich machen hinter dir also bei rock ist schon nice was gibt es hier noch riefer wer ist auf der riefer kamen was kann der schreien und die drehung ich glaube dass wir da drauf wäre nicht so sein ist dumm ist das rechtste schreien ist was ich so rechtste schreibe so ein bisschen dran bei der bei rock ist auch ziemlich nice das sieht cool aus was unartig in team ja wie bist du jetzt gestorben ich weiß es nicht er war unartig eben spaß es sei sie warte ich muss frohe kurz teleportieren da wie schnell kann dir sein kopf bitte oh gott was ja und warum kann man auf dinge nicht reiten ich will auf den reiten äh komm mal her mega speed gläscher ach so auf den kleinen zum reiten ja ich hol dir was zum reiten torm hör bitte auf frodo abzulecken sonst muss das video eine eifersbeschränkung bekommen ok ich hau ab ja nicht dass das video noch demonetarisiert wird richtig gut ausgestorben ich weiß hier ist noch irgendwas äh wie wärs damit oh der ist schnell ich bin beim fliegen eine chimäre eine hydra einen Zulferwürm haben wir schon wo bist du Obsidian Zulferwürm eben wo bist du ich bin hier vor euch alter was ist das ah ne was ist das demon kannst du noch erinnern an die zeichnung von dir ich bin hydra ja kommt den ziemlich ähnlich ich kann was der hydra nicht raus ich kann was der hydra nicht raus hier ähm äh Galaxieregenbogen ja kommst du mir bitte diesen hässlichen diesen hässlichen Drachen der so eine der aus der Mischung Drachen und der Fien ist ja den hole ich dann später auch noch aber alter was ist das das ist auch ein Zulferwürm aber noch seht ihr ein Zulferwürm Junge die ich komme aus dem Namen klar was ist ein Wirrm ein Wirrm was das alles glaube ich ein Teil zeigt mal den Wolf der im Erdreich lebt glaube ich das ist das und neun Alpha Wolf das sieht übel aus das sieht ja wirklich ganz neu aus oh da sieht man mal dumm aus oder guck mal wie ich aus sehe ich sie viel geiler ich hab hier das stimmt also Tomsling hat nichts toppen ein Goliath gibt es ja auch noch und da ist natürlich mal wieder hallo auf den du gerade reitest den gibt es im Kleidern den kannst du auf die Schulter packen ich weiß als Lightpad alter was ist mit den Armen groß was ist das mit den Armen was alter what the fuck geh mal zehne putz mit deinem Vieh alter was stinkt aus dem Mund Tim ich tut mir leid Kameras hast du da eigentlich brüllt das hier rum mit Chimera äh ich hab ein Chimera oder so keine Ahnung kann beißen oder schlagen eher gesagt rechts leg oh es kann auch brüllen warte das das kann die Hydra aber toppen mit dem brüllen hier Hydra Brüller ist krass Can someone please touch my spaghetti? Nein ich nicht ich nicht nein Fall 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 Galaxi einfach nur so nein hä dumme Frage ich schätze mal was du willst das was was willst du ich will meine ich will meine Delfin haben komm her komm her komm her komm her komm zu mir ja so lange kannst du dich damit begnügen oder passt ich will meinen Delfin na cool ganz ruhig ich such dir den Delfin ich hab keinen Plan was ich gestorben habe ich will auf den Drachen bitte 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 alter was bin ich riesiger seeker ich hab den phoenix oder so was ist das was bin ich teuer was steckt da alles jetzt ineinander drin ich weiß es nicht ich hab einen drachen dieser kleine loll ein seeker das ist ein seeker ja moin ja ein großes seeker ah da guck mal den drachen an der sieht eigentlich ziemlich heiß aus ich kann ein element spucken der drache hier erinnert mich ein bisschen an eine sehr schlechte version von den drachen aus game of thrones aber wert ist mein tag meiner sieg was ist das hier eigentlich ein phoenix ich seh nix ich hab nur flammende fresse ich seh nix der sieht einfach aus wie ein riesiges hühnchen wer ist hier auf der hydra der grüße das auch ich ist schon nice oder ja geruch ich riech's von ihm ach lecker verfaulte eingeweide was ist das hier ein geragarian ich bin ein echsenmensch hallo alter was ist das ohoku hat irgendwer das hier bemerkt ein ist ein sentinel ein sentinel guckt euch diesen sentinel an ist das hier ja alter was nein ich hab dich entwürdig hey oha das ist die kein grab mal da arne ich möchte jetzt bin ich meine arne arne was hast du getan auch junge arne ja hilf mal jetzt nix bei mir alle wo war es knüssig er sei helft gar nicht er hat er hat mein vier umgebracht toll sorry hier weil hätte ja auch nicht irgendwie mal ein nacheinander zu können oder nein was sonst du auch so viele arne so weg mit denen das jetzt haben wir noch wieder einmal gib mir mein delfin ganz ruhig du brauchst du wir wollten jetzt erstmal die test war immer sein was ist das da oben tom was ist das ist das jetzt kann es auch werden weil ich spawne deinen delfin ich bin eine chimäre oh gott ja hier ist schon nice so ok ich spawne auch während das mal ein paar neue viecher und hier was wozu ich wurde gerade getötet ok ich teleportiere dich ich will dich haben so jetzt mal die neuen fischern krecken mann rockträger habe ich gerade auch nicht gesehen ach so dann kann ich noch vorstellen war der der fuhr wo die manin ist also das riesige kommt ja alter ich habe den rockträger nice aus warte mal ich muss was heißen aus junger jungen kann schießen hätte der rockträger kalt hat sich aus genau kann so regen ausmachen äh ne müsste ich slower machen aber wie hessreich sieht er bitte aus der skorpion alter der rockträger nicht der sieht geil aus der rockträger nicht alter skorpion jetzt hier wer will kann den rockträger haben alter wer ist auf den skorpionen da kann sogar brüllen alter das klingt wie so ein godzillamonster der youtube auch einen sattel der richtig nice aus jetzt nicht ich will hier mal irgendwie raus ich komme ja auch nicht raus was ist eigentlich für ein video ist ist irgendwie auf dem der form ich nicht aber wir müssen mal ein paar sachen um ich will den ballrock weg machen weil den haben wir schon gesehen oh jo tim ich bin immer noch fest ja warte der ding ist kenn mal den dev rum der nervt so warte was ist denn dieses kleine da gibt es noch ein soldier bug das ist ein kleiner skorpion ja der sieht scheiße aus ja und er hat den ja im tun ok soldier bug ne hä der sieht aber gar nicht scheiße aus aber meiner ist cooler warte mal ja ich glaube wegen wegen äh stell dir mal weg hello der busch so der stein fuckt wird einfach es ist viel schnell warte mal ich mach mal kurz slow-mo leute da ist der regen und der nebel so der soldier bug im wasser ist alter was ist das für new terrennis oha der kann alles ein delphine haben das sieht sogar ziemlich gut aus Kaiser bug das feuer spucken oh ja oder fliegen oha ok soldier bug sieht ziemlich nice aus ich teste den jetzt erstmal nicht äh frodo ich glaub dein Delfin aber du könntest mir aber vielleicht auch mein Delfin spawnen wie heißt der Delfin denn weiß er nicht ich suche nochmal warte 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 ich hab auch keinen Plan warte warte ja ich bin doch beim Delfin alter ich hab keinen Plan lass mich erstmal raus dass man sich das Zeug mal präsentieren kann die Liebesgeschichte alter die Delfine hä was was ist das wer ist auf diesem Drachen guck mal steht ja kein Plan nein nein der saß alter was ist das guckt euch mal an ich bin so ein ich bin so ein Fischmensch aus Flucht der Karibik 3 lol sieht auch hammer geil aus mit so einer coolen Kapitänsmütze ja der Skorpion ist schon nice so warte mal wir müssen auch wieder ein bisschen aufräumen hier da ist ein neuer ja ich bin hier ich räume mal kurz ein bisschen auf okay dieses Fischvieh nicht klar was ist das das ist geil geht es nicht vergewaltig das ist mein Lieblingsziel aus der ganzen Mod so jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt alter okay dann dann zeigt man was der coole Fisch kann ich bin also ich gucke euch mal zu bist du ja ich fliege hier also auf jeden Fall hat er den besten besten Angriff den es gibt ok dann guck dir an das ist das ist das aller coolste was ich je gesehen habe wenn er läuft guck dir das an alter cool der sieht nicht gesunken aus und der kann springen oder keiner fliegen alter der oha das ist mega ok der kann der kann der kann der kann mehr segeln irgendwie hä ist ja mega geil Carmen was kann dein chinesischer Drache ne Tom ich glaub ein Fisch den kann nicht schwimmen und der kann gucken und der schwimmt auch eigentlich recht schnell das ist ein dummes Kind ich schwimm ich mache ich mache nie wieder mit wenn Arne mitsch guck mal hier ist er doch da Arne ja jetzt nicht mehr Arne lass lass dir doch mal sein Spaß ok Carmen jetzt du deswegen hab ich sein eigen gelassen dann kann er so ein Feuerschlag dann können wir und wir paaren und der ist der herr der elemente rio alter was macht ihr siemen wir probieren die wirklich zu paaren kann man die paar haben wir gleich ein Geschlecht haben wir gleich ein Geschlecht ja enable wandering to mate ja warte denn komm ich stelle welches Geschlecht aber wir haben Musik Tim gespawnt und alles ineinander ich weiß ich hab die Musik ausgemacht Leute der Rex sieht übel swag aus ja alter alter was feuer doch ich komm raus oh ne junge meine Biene sieht geil aus alter wo ist die warte demon alter 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 meine Biene ist dope demon ist so ne geile fette Biene die Leute sticht mit ihrem langen Stachel alter ich durfte die Raffe verschießen das Problem ist ja Leute Leute wer kennt das hier wieder hat irgendwer von euch Monster Hunter World gespielt ja welches welches hier bei mir wo ich drauf bin da da nice ich würde irgendwas angreifen mit der Biene sieht aber schon gut aus das könnte ja der neue Monster Hunter Hunter werden äh alter was wort du willst irgendwas angreifen okay ich ankleben deinen Salamander denn das so bleiben nein Carmen was ist das alter ich hab keine Ahnung dracolik aber das ist gar nicht ein Zombie Dimm guck mal mein Tier an und frag mich mal irgendeine Frage die man auf ja beantworten kann ähm 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 hast du 6 Bros abonniert äh 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 es es sieht aus ich stell mir das gerade so vor ihr kennt ja diese kleinen Bartagamen die man sich so als Haustier hält wenn so eine in ihrem Terrarium sitzt und die dann was fragst und die dann so anfängt zu nicken so sah das irgendwie aus so mal ich bin das haben wir noch neues ein Rex guck mal ich bin fassisch ich 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 im Sabine guck mal ich bin noch fast schnell mit der äh äh was ist das hier ein Dämon noch irgendwas und ein komischer Knochenkanon die kommen jetzt auch einfach mal wieder weg äh 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 ich war auch alter ahne seien T-Rex Schwanz die ist geil ja die ist wirklich geil hä das ist richtig ne die ist das ist so unbeschreiblich die ist doch irgendwie die ist doch irgendwie cool die sein muss man ja warum neckt der es schon wieder ich weiß nicht weil ich auf dem Schwanz stehe aah das gefällt ihm da gibt's erstmal Michael Rosen Orgasm äh okay jetzt ist wieder genug mit den Kreaturen jetzt müssen neue daher naja nicht die ich die kill meine Biene brauche ich noch nein die will die stirbt jetzt noch nein nicht meine Biene die meine Biene stirbt nicht auch seine Bumsebiene stirbt jetzt nein die Bumsebiene stirbt jetzt nein die Bumsebiene stirbt nicht die Bumsebiene die Bumsebiene ich flieg Kurven die will niemals sterben okay dann jetzt neue Kreaturen die bin seine Bumsebiene ich werd's zum sterben bringen loll der Drach ist übel schnell dieser Steindrach auf dem ich drauf bin ja was fasst du denn Steindrach nein der war ein Rockdrag hoho hoho ok ich hab den Seeker mal gucken was was als der sieht richtig mehr aus die Drachen sehen vor allem auch nr. als aus weil den haben wir jetzt vielleicht nicht die flüssigsten Animationen aber sehen ziemlich nr. aus Early kalender bewege hachst 6000 Schaden und der ist wahrscheinlich Level 1 oder sechste kann ne Level 600 ok Alter, sieht schon nice aus. Ey, der Ding ist Frodo, du hast doch auch einen Drachen gehabt, oder? Ja, guck hier. Ich fände Frodo's Drache sieht geiler aus, als der von Carmen. Also ich finde die Bieder noch am besten. Ich fände die Bieder noch am besten. Ich finde die Bieder meiner geilsten aus. Ich finde es ein bisschen komisch mit den Leuten. Du verstehst einfach gar nichts. Darf ich mal auf dem reiten? Geil. Ja, die und da. Nein! Da hast du auf jeden Reiten. Hä, der sieht da wirklich nice aus. Ich finde es so ein bisschen komisch, der halt läuft mit den Flügeln. Vor allem, ich bin voll lustig, wie sie gerade aussieht. Da sind halt einfach solche Tintenfische mit Flügeln. Ja. Wer geht da mit mir spazieren? Ich. Ich gehe mit dir spazieren. Komm, wir fliegen jetzt zum Mobilisten. Hä, der ist übel schnell. Der ist aber übel schnell, ne? Ja, der ist wirklich übel schnell. Ich bin schneller auch. Kann ich nicht sterben, Tim? Okay, wir machen einen Sturzflug ins Wasser. Ja gut, das ist gut. Jetzt kann der sterben. Ja, da müssen wir gehen. Warte, aber es gibt hier noch... Nein, warte mal. Im Wasser gibt es auch noch was zum Spawnen, Leute. Eine einzige Sache, die water-based ist in diesem Mod. Laut Admin-Command-Menü. Eine Meerjungfrau. Das gibt es für jeden Einer. Oh, geil. Die kann man reiten. Echt? Kann man die reiten. Alter. Alter, ich halte mich an ihren Schultern fest. Die ist breiter als ich. Alter. Die ist voll schnell. Ja. So eine habe ich mir immer gewünscht. Wisst ihr doch, dass es stimmt. Frodo, 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 wo bist du? Frodo, komm, ich schwimmen. Willkommen irgendwie auch. Frodo, Mann, komm, komm. Ich habe eigentlich gesagt, für jeden Einer. Dann tun wir was mit dem, was wir nicht erfahren dürfen. Ich gehe froh, dass wir nicht erfahren dürfen. Ja, dann für dich nicht. Frodo, wir tun uns was, was wir nicht erfahren dürfen. Ich will mitmachen, wo seid ihr? Aber Moment, ich komme gleich. Einfach rauschwimmen. Oh, die kann sogar angreifen. Ich weiß, der die macht sogar schaden. Wo seid ihr? Wo seid ihr hin? Einfach rausgeschwommen. Alter, die kann mich mit dem Frontflip machen. Ich werde geprockt. Bekommen wir, die kriegt so viel Speed dazu. Ach, die kann man auch so schnell Dings leveln. Das fehlt ja, die Junge ist ab so schnell. Die lacht. Nein, ich werde gekocht von Quellen. Frodo. Du willst immer eine Meerjungfrau bleiben. Wo bist du? Oh, ich komme zu dir. Nein. Nein, ich wurde getötet von Quellen. Ich sehe euch da unten. Alter, komm her. 15 Level habe ich bekommen. Ich slap dir. Tim, wo bist du? Ich bin unten bei den Quellen. Was? Tim, guck mal, wie schnell ich bin. Du bist einfach so eine Sardine, die durchs Wasser gleitet. WTF? Ich kann mich auch wieder lernen. Können die wieder landgehen und mich teleporten? Nee. Junge, ich schritte. Tim auf den Bett rennen. Tim spawnen mir einfach eine neue und spawnen mich ins Wasser. Warte. Wie viel Prozess Speed hast du, Tom? 394. Was machst du? Ja, nichts, Alter. Ich habe 7,50 Euro. 15. Arne, wo bist du? Ich weiß es nicht, ich bin zu schnell. Arne, Arne, machen wir einen Frauentausch wie bei RTL? Frauentausch. Habt ihr die jetzt immer schon geheiratet oder was? Ja. Okay. Gut, ich mache mal weiter mit Landkriegern, Leute. Ich habe es mir gezählt, es ist das Gleiche. Ich mache... Oh, wir können jetzt die Bosse testen, Leute. Alle Bosse können wir sogar durchtesten. Es gibt gar nicht so viele. Ich bin mal ganz kurz weg, Leute. Ich spawne jetzt alle Bosse. Kein Wunder, das ist so leckt, Alter. Ich habe jetzt alle Bosse gespawnt. Wo? Alle auf dem gleichen Fleck. Alter. Aber wo? Am Strand irgendwo. Yggdrasil, Alter. Das ist mein Boy, Alter. Du bist auf Yggdrasil. Ich komme nicht raus. Okay, warte. Okay, jetzt werden wir uns mal alle Bosse angucken, okay, Leute? Fangen wir mal da hinten an. Hier bei dem Knochen Drache. Ja, ich gehe drauf und zeige, was er kann. Ich hänge ihn in meinem Feed drin. Ab heute bin ich der Tod. Okay, nice. Ich hänge an irgendeinem Baum Drachendritten. Er hat als Herz einen Krüste. Ich weiß. Okay, der ist, glaube ich, noch einer der unspektaklersten Bosse. Tom, du warst der Tod, habe ich gehört. Ja, ich komme noch nicht wieder raus. Okay, Arne, warum? Okay, Arne, was die Kakinos sieht schon ziemlich krass aus, finde ich. Also die sieht wirklich geil aus. Ich kann schlagen und greifen logischerweise wieder. Ich kann so machen. Warum folgt mir alles? Oh nein. Ich kann. Ich will für mich folgen. Wo bist du? Ich bin ein bisschen weggegangen, aber... Yggdrasil folgt dir, oder? Ja, irgendwie folgt er mir. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, dann hier der Dark Mana Reaper. Der sieht auch nice aus. Reaper insgesamt sind ziemlich krass. Vielleicht, nachdem ist ein bisschen leck die Bosse Kill, die wir schon vorgestellt haben. Ja, warte mal. Da kann ich mal aus dem Viecher... Ja, los. Okay, der Reaper ist auch ziemlich nice. Kann der springen? Ich? Nee. Alter, ich hab so eine Wibhahn vom Yggdrasil abgegriffen, Alter. Okay, irgendwie kann der Reaper hier nicht springen. Alter. Oh Gott. Hältst du die Musik, Alter? Alter, bei dem Reaper kommt die Aberration Musik. Ich finde, die klingt ziemlich geil. Das ist am Ende. Aber hast du... Siehst du schon vorgestellt? Nein, kannst du das machen? Ja, ich kann... Ich kann Sachen machen. Oh, oh, oh. Hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich sehe nix. Warte. Also, das... Also, das bewegt sich ein bisschen viel. Das ist das Rechtsklick. Das ist C. Alter, das Spontag ist deine Dings. Der ist im Westen. Alter. Der schreit so krass. Also, Yggdrasil sieht... Also, ich finde, der ist schon, glaube ich, fast am coolsten aus dem Mod. Das ist X. Das ist Spontag mal irgendwie diese... Diese Ends. Ah ja, doch. Ich finde Yggdrasil ist schon ziemlich geil. Vor allem das Design und was der alles kann. Macht das Brüllen nochmal. Das sieht cool aus. Der hat sogar einen Plantat am Arm. Ja, ich fack nur in meinen Viechern drin. Was bringt. Ich wollte nochmal, warte. Warte, warte, ganz kurz. Warte, warte, ganz kurz. Warte, warte, ganz kurz. Ich kill hier mal die Ends. Sieht so. Mal schneller als ich. Ich zerstöre dir mal komplett, dass sie nicht unterwegs sind. So, Tim. Tim, ich bin gelandet. Du kannst jetzt gucken, ich schrei. Warte, warte, noch nicht. Ich stelle mich hier unten hin. Und dann so. Gut. Bleib so stehen. Das sieht episch aus. Arne, kannst du mal bitte zu dem Sensen-Mann kommen und den töten, weil ich bin stark in dem drin. Warte kurz. Warte kurz. Ich kann nicht mehr brüllen, na, äh. Ach, jetzt. Alter. Das sieht schon. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ja. Ich weiß auch, ein Tod oder eine Methode. Ich will das Vieh einfach umbringen mit deiner Scheiß. Alter. Das wäre nämlich ein neues Bord. Okay, Iktrasil ist ziemlich krass. Den lasse ich mal hier hinten stehen. Das heißt, wir haben ja schon fertig, weil... Habt ihr schon Kolossus? Ja, Iktrasil ist fertig. Die Waffe downskillen. Weil es Spawner ist für die Morphodons. Ja, es kann die Morphodons spawnen als Minions. Ähm, was? Kolossus? Er, wer ist auf Kolossus? Ich bin auf Kolossus. Okay, alter sieht auch krass aus. Also ich glaube, Kolossus und Iktrasil sind so halt komplett Custom-Brosse. Linksklick. Rechtsklick. Ja, wo ist das gleiche? See. C. Achso, das ist C. Alter, ganz knapp vor mir. X. Okay. Ähm, Steuerung. Ne, dann zahlt auch nichts mehr. Okay. Aber Kolossus ist schon ziemlich riesig. Gut, dann ist Tom jetzt wohl nicht dabei, aber egal, Tom war großteils wie dieses dabei. Äh, den Mana Reaper hier können wir auch wegtun. Zeig doch mal, was der Ogre kann. Der Ogre? Auf dem ich drauf sitze? Ja. Also, er kann auf jeden Fall, er hat das schönste Brüllen, was ich hier bei einem Tier gesehen habe. Du, wunderbar. Diese Zunge vor allem. Ja. Jetzt sind ja einfach nur noch wir drei da. Also, ich, Arne, du, Carmen und Demon sind weg. Komm her, Galaxy, ich schlabber dich ab. Oh nein, bleib weg. Also, er kann wie immer, er kann schlagen. Er kann so einen Schlag machen, so einen, ne Ahnung, so einen Rückanschlag. Und er kann halt brüllen, er kann der nicht. Okay. Gut, dann weg mit dem. Der macht nämlich Musik. Wer als nächstes? Ja, der Arzt, der Arzt. Hatten wir den schon? Warte mal, den Arzt, die wir noch nicht, aber hier sind ein Haufen Paladin-Dinger, die wir nicht brauchen. Genauso wenig wie den Tod. Oder die Reaper, oder die Demons. Wir brauchen nur noch den großen Reaper. Aber den Diorex hatten wir auch noch nicht. Was, Diorex? Ja, ja, klar, die lasse ich. Aber ich mache jetzt gerade noch die ganzen Minions weg, die hier gespawnt werden. What? Ich glaube, die Mana Reaper hatten wir aber auch schon, oder? Ja, aber nur die kleine Version, aber lass ihn mal. Der ist krass. Okay, dann. Der Lexik, kommst du her? Ja. Der hat zu viel Zeug. Okay, zeig mal. Ist das ein Arzt, die man? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ach, der Arzt, die man. Achso, ich dachte, der Reaper. Alter, was ist hier für Musik? Ja, vier Arme. Natürlich. Heiß auf. Ja, da kann so ein, wie soll man es nennen, so ein Aufschlag. Ein Schlag, genau. Ja, kann. Schlagen. Noch einen Schlag machen, wie hätte man es anders erwartet. Ja. Und? Er kann natürlich schlagen. Siehst du, was habe ich gesagt? Wow. Ja, also der war auf jeden Fall sehr special, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zum Mana Reaper. Okay, der Mana Reaper, der sieht ziemlich geil aus. Die große Variante vor allem. Ja, und die Augen sind richtig nice aus. Ja, das stimmt. So, er kann... Alter. Mana Belschi. Der kann nicht drehen wie ein normaler Reaper halt. Und der kann beißen wie ein normaler Reaper. Okay. Warte mal kurz. So, ich glaube, der macht dick Schaden. Der macht ja. Ja. Okay, dann kann der auch mal weg. Da kommt wahrscheinlich wieder die Aberration Musik. Ich finde das Ende von Aberration aber auch ziemlich geil. So, vor allem die Musik. Habe ich schon gesagt, aber trotzdem. Kannst du dich auf Dinge draufsetzen eigentlich? Äh, nee, reiten mit so einem reiten Sattel ausrüsten. Jetzt, jetzt kann ich auf ihr reiten. Ich bin sie. Hey, lass mich reiten. Alter, nein, warte mal. Sieht schon akzeptabel aus. So, warte mal. Irgendwer von denen macht Musik. Ich will nicht, dass die copyrighted ist. Waren wahrscheinlich eh ganz viele davon, aber... Was kann die denn? Einmal schlagen. Oh, es ist Nacht. Äh, nochmal schlagen. Nochmal schlagen. Springen. Alexi, du bist unsichtbar auf dem Stil. Ich weiß, ich bin in der drin. Das gibt noch mal einen krassen Drachen. Den Diarx. Der sieht auch ziemlich heiß aus. Der sieht aber auch schon irgendwie ein bisschen doof aus. Ja. Der kann krass beißen. Der kann... Alter, grünen. Und schlagen. Boah, und der kann noch nicht mal auch was mit Strom. Nee, und der kann auch mal... Und der hat einen fetten Schwanz, muss ich sagen. Ja, aber ich finde, der sieht übel krass aus. Vor allem... Kennt ihr das? Kennt ihr das bei so... Der kann nicht fliegen, der kann aber gleich... Also Geckos, wenn Geckos ganz viel essen, dann wird der Schwanz von denen dick. Echt? Echt? Der ist ein Daynt, natürlich. Und so sieht das bei dem auch aus. Aber ich finde, es sieht cool aus. So, warte, zum Abschluss noch mal Iktrasil, weil Iktrasil ist cool. Deswegen will ich den jetzt noch mal zum Abschluss da haben. So, was ich jetzt sagen wollte. Wir haben nicht alle Viecher getestet, aber sehr viele. Und ich fand von allen Iktrasil am besten, muss ich sagen. Wie sieht's bei euch aus? Welche war das? Der Drache hier, wo ich gerade drauf sitze. Alter, das ist der riesig. Also von den Bossen am coolsten... muss ich sagen, fand ich den Drachen, den fand ich sehr cool. Den Blitzrachen. Und... Warte, was hat man denn noch gehabt? Ich fand den... ähm, diesen Knochendrachen mit dem Herz aus Kristall, fand ich sehr cool. Ja, der war auch ziemlich cool. Und von den normalen Creaturen fand ich den... den Delfin... äh, den Delfinfisch. Ja, natürlich. Also, ich fand mich am besten. Oh, also, ähm... Arne, da hinten ist die Tür. Aber ja. Wie schon gesagt, das war's jetzt mit dieser Mod-Folgen... Mod-Folgen-Teste. Ich bin immer noch gut im Reden. Äh. Mod-Testen-Folge. Genau, so. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, Leute. Auch wenn sie wahrscheinlich sehr durcheinander war und man nicht sonderlich viel verstanden hat, weil einfach jeder durcheinander geredet hat. Aber ja. Ich hoffe, wenn sie euch gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben gegeben habt. Ihr könnt natürlich auch abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt es wieder mit allen Freunden, damit die auch sehen, wie viele coole Viecher es hier in diesem Mod gibt. Mod könnt ihr euch natürlich in der Beschreibung runterladen, so wie immer. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns hoffentlich wieder in einem anderen Video. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.